Hallo Freunde und herzlich Willkommen! Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich bin gerade auf dem Weg zum YouTube Space Berlin und da ist nämlich gerade ein Bootcamp am Ende bzw. jetzt ist da gerade Open House und da freue ich mich natürlich drauf und da gehe ich jetzt hin. Aufgeregt und ich bin mal wieder in die falsche Richtung gelaufen. Hallo Freunde, wir sind jetzt im YouTube Space, das ist so aufregend. Bist du das erste Mal hier? Ja, ich bin das erste Mal hier. Kommst du aus Berlin? Ja, ich wohne hier. Vor allem das Geil ist, ich habe halt hier mal gewohnt, also nicht hier, sondern hier. Genau hier. Das war dein Schlafkauf. Vor allem wenn ihr mal so richtig motiviert sein wollt, dann schaut das Motivationsvideo von Dach in die und wenn ihr ganz toll Reisevlogs sehen wollt, müsst ihr Tims Vlogs gucken. Unten verlinkt. Ja, da steht alles in der Infobox. Immer dieser YouTuber. Herzlich Willkommen im YouTube Space. Schaut euch an, was am Ende dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend bei uns. Es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt Alkohol. Begrenzt. Also viel Spaß. Wir machen ein bisschen Time-Tuning. Ich bin sehr farbenlos. Gehen wir mit dem Lohnstück ungefähr nach hinten. Also, wenn man letzt ungefähr ein Lohnstück von hier und an ist. Ja, das ist zu viel. Also, ich würde nicht so lächeln, weil dann eher so, ja. Oh, jetzt hat ein Tigerblick gewebt. Bleib mal so. Ja, mach das genau. Und machen wir mal ganz gut, dass wir ein bisschen aufladen. Ja. Ja, machen wir den in die Stelle hoch. Genau. Und dann stehen wir es da. Das war fast süß. Thank you. Oh mein Gott, es ist so crazy. Ich bin immer noch aufgeregt, weil es so cool ist. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade gut sehen. Ich laufe gerade nach Hause. Das wird, glaube ich, ein recht kurzer Vlog. Aber ich möchte ihn trotzdem gerne zusammenschneiden. Für mich war es echt ein besonderer Abend. Ich habe coole neue Leute kennengelernt, habe YouTube-Kollegen wieder getroffen und auch ein paar bekanntere Gesichter gesehen. Und es tut mir sehr leid, wenn ich immer voller Vorfreude schreie. Ich kenne nicht aus dem Internet! Aber da springt es dann manchmal mit mir über. Da kann ich nicht so viel. Sorry. Wenn ihr das hier gerade seht, bin ich vermutlich gerade in Serbien. Falls ihr wissen möchtet, warum es geht, schaut euch doch meinen kurzen Aufruf an, den ich dazu gemacht habe. Ich werde ihn natürlich bei den Infokarten verlinken und auch unten in der Infobeschreibung. Wenn ich aus Serbien wieder da bin, werde ich auf jeden Fall Videos schneiden. Und ich werde, soweit es mir möglich ist, auch aus Serbien ein paar Status-Updates geben. Was wir machen und wo wir sind und so weiter. Für die, die es noch nicht wissen, wir sind unterwegs, um ein bisschen Hilfe für geflüchtete Menschen zu leisten. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr weiter bei mir dran bleibt. Lasst mir doch einen Kommentar da und ein Abonnement. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Tag, was auch immer ihr gerade macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Süßen!